India Express, Lieferung in 30 Minuten oder Geld zurück. Hier ist Raja, danke Herr Lukas Bauer, dass Sie wieder bei uns bestellen. Ihre Biolink-ID lautet 11369, richtig? Äh, ja genau. Danke Herr Bauer, ist nur Formalität. Ihre Adresse ist Zone 5, Gebäudekomplex 33 und der 11. Etage, ist das korrekt? Äh, ja korrekt, aber woher wissen Sie das alles? Das ist der Biolink-ID-Chip, welcher im letzten Monat implantiert worden ist. Sie sind nun online in der Cloud und können jetzt endlich von der neuen Bequemlichkeit profitieren. Ach so, gut zu wissen. Laut den GPS-Daten Ihrer Biolink-ID und dem Bewegungsprofil sind Sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Nebenbei, es ist schön zu sehen, dass Ihr Impfstatus auf dem neuesten Stand ist, Herr Bauer. Soll Ihre Bestellung um 21.30 Uhr per Drohnexpress eingeflogen werden? Das ist für einen Aufpreis von 5 Euro möglich. Äh, okay, ich möchte zweimal Chicken Curry mit doppelt Fleisch per Drohnexpress. Gerne Herr Bauer, darauf gibt es aber 20 Euro Aufpreis. Wie meinen Sie das denn? Laut System zeigen Ihre medizinischen Daten, dass Sie einen extrem hohen Blutdruck- und Cholesterinspiegel haben. Unser Vertrag mit Ihrer Krankenversicherung besagt, dass wir die Cardis nur dann ausliefern dürfen, wenn Sie schriftlich auf alle zukünftigen diesbezüglichen Behandlungen verzichten. Äh, was? Stimmen Sie zu, können Sie die Verzichterklärung bei der Lieferung per DNA-Check mit Ihrer Bio-ID verifizieren. Es kommen auch Verwaltungskosten dazu. Das Ganze macht dann 65 Euro. 65 Euro? Oh, wie ich gerade sehe, kommen dann noch 15 Euro Gefahrenzulage dazu, weil wir in eine orangene Zone liefern. Was? Für zweimal Chicken Curry? Außerdem lebe ich in einer gelben Zone. Ihre Cloud spinnt wohl. Seit letzter Woche nicht mehr, Herr Bauer. Es gab nämlich elf Überfälle und sechs Morden in Ihrer Gegend, die den allgemeinen Social-Ranking-Wert Ihrer Zone herantagestuft haben. Sie leben jetzt in einer orangenen Zone. Aber dafür können Sie 40 Euro sparen, indem Sie unsere Gemüse-Curry bestellen und selbst abholen. Wenn Sie dies mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, fügen wir Ihre persönliche Social-Ranking- und Ihre CO2-Saver-Account 10 Punkte hinzu. Äh, nein. Dann bleibe ich bei zweimal Chicken Curry mit doppelt Fleisch. Aber das ist reine Abzocke. Herr Bauer, ich bitte Sie. 80 Euro fällt doch gar nicht ins Gewicht. Der Laptop, den Sie vorgestern bestellt haben, war auch nicht gerade ein Schnäppchen. Und Sie besitzen laut System noch zwei weitere Laptops, welche Sie innerhalb des letzten Jahres gekauft haben. Hm, und wie sehr haben Sie Ihre Pornhub-Premium-Mitgliedschaft auf Gold hochgestuft, hä? Okay, das reicht jetzt aber, du Arsch. Das geht dich gar nicht an... an! Herr Bauer, Sie wollen doch keinen Social-Ranking-Punkteabzug wegen Beleidigung. Also beruhigen Sie sich. Laut Ihrer Bio-ID liegt Ihr Puls gerade bei 130 BPM. Das ist nicht gut für Ihr Herz. Sie leiden ja unter Herzrhythmusstörungen. Okay, ich nehme zweimal Gemüse-Curry-Pedronexpress. Machen Sie schnell, ich bin hungrig. Das ist eine gute Wahl, Herr Bauer. Sie sollten ja auf Ihre Linie achten. Laut Ihrer Bio-ID liegt Ihr BMI bei 31 und Ihre letzte Sporteinheit ist wieder drei Wochen her. Ist ja okay, wie viel macht das? Es gibt ein Rabattcoupon von 5 Euro auf Ihre Zeitschrift Happy Wife Happy Life, die Ihre Frau abonniert. Das macht dann 40 Euro. Ups, ich sehe, alle Ihre Kreditkarten sind am Limit und Ihr Social-Ranking-Wert erlaubt keine weitere Dispo mehr. Ja, ich sage Ihnen angemessen Gegenwert bereit. Ähm, ja, okay.